Hallo, servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale.at. Heutiges Thema, Whitelist, aber wie? Wenn ihr vor ein paar Wochen auf die Whitelist gekommen wärt von Hatebeast, dann hättet ihr jetzt einen Gewinn von irgendwas zwischen 14.000 und 20.000 Euro gemacht, innerhalb von wenigen Wochen. Bedingt aber, dass ihr auf der Whitelist von Hatebeast gewesen wärt. Viele von uns waren es nicht, auch ich war es nicht. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie man auf solche Whitelists kommen kann. Ich kann euch schon mal verraten, das ist entweder nicht ganz günstig oder es ist mit einem riesengroßen Arbeitsaufwand verbunden. Aber dazu gleich mehr. So, da ist er wieder und steigen wir ein ins Thema Whitelist. Ich habe in meinem Buch NFTs hier, habe ich schon darauf hingewiesen, dass man im Idealfall auf eine Whitelist von einem NFT-Projekt kommt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wenn ihr auf einer Whitelist seid von einem NFT-Projekt, dann habt ihr erstens noch die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob ihr diesen Whitelist-Platz nutzen wollt oder nicht. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass ihr im Normalfall mehrere Stunden, also das können bis zu 24 Stunden, Zeit habt, um eure NFTs zu minden. Das wiederum bedeutet, dass ihr bei Ethereum schauen könnt, wann die Transaktionsgebühren für euch günstig sind und dann mintet. Also es ergibt dann wenig Sinn, wenn ihr zwei NFTs mintet für, sagen wir jetzt 0,08 Ether und ihr bezahlt irgendwie denselben Betrag in Transaktionsgebühren. Das ist dann relativ sinnbefreit. Wenn ihr auf der Whitelist seid, habt ihr das Problem nicht, weil ihr da eben bis zu 24 Stunden Zeit habt, um eure NFTs zu minden. Also das heisst, das ist schon mal nicht so die verkehrte Geschichte. Oft ist es auch so, wenn man auf der Whitelist ist, dass der NFT nochmal eine Spur günstiger ist als danach im Public Sale. Okay, also das sind so die grossen Vorteile, die man an dieser ganzen Nummer hat. Aber, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, auf eine Whitelist zu kommen. Die erste Möglichkeit, die kostet Geld und zwar zum Teil viel Geld. Die zweite Möglichkeit, ihr investiert unfassbar viel Zeit und Arbeit, um auf eine solche Whitelist zu kommen. Wir starten jetzt gerade mal kurz noch mit dem Disclaimer. Also wie immer, alles, was ihr jetzt von mir hört, ist in keinster Weise eine Anlageberatung oder eine Kaufempfehlung von irgendwas. Es dient zu eurer Information. Macht bitte eure eigenen Nachforschungen, wenn ihr in eines der vorgestellten Dinge investieren wollt. Ich bin auch nicht gesponsort von irgendwem von diesen Projekten, die ich hier vorstelle. Da geht es darum, dass ihr sie seht. Den einen oder anderen verwende ich selber. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wo sind wir? Desktop, da müssen wir hin. Und jetzt kommen wir mal zu der Bezahlvariante. Okay. Es ist oft so, dass ihr, wenn ihr auf eine Whitelist kommen wollt, gibt es Bedingungen, zum Beispiel, dass ihr einen Token von derselben Firma, also wenn wir jetzt zum Beispiel Artifacts, also Clone X nehmen, wenn ihr einen anderen NFT von Artifacts, den sie früher herausgegeben haben, besitzt, also besessen habt oder immer noch besitzt, dann hattet ihr einen Whitelist-Platz bei Clone X. und konntet dann drei NFTs, also Clone Xs quasi, minden. Der Haken an der ganzen Geschichte war nur, dass diese NFTs, die ihr braucht, damit ihr dort auf die Whiteliste kommt, damals irgendwas zwischen 7 und 12 Eter Floorpreis hatten. Also das war eine ziemlich aufwendige und teure Geschichte. Es gibt noch andere Projekte, die immer wieder Kollaborationen mit anderen NFT-Projekten haben und wo man sich mehr oder weniger unter den Projekten Whitelist-Plätze zuschanzt. Okay. Dazu kommen wir dann später noch. Das werde ich euch zeigen. Ich kann euch da ein paar Beispiele auf Discord zeigen. Aber jetzt gehen wir mal und schauen uns diese, wie soll ich sagen, diese Alpha-Clubs an. Ein Alpha-Club ist nichts anderes, als dass sich dort Leute versammeln, die einen langen und guten Track-Record haben und dort ihre Beurteilungen zu neuen NFTs kundtun. Und weil das sehr oft Influencer sind, kriegen die von diesen Projekten auch Whitelist-Plätze zur Verfügung gestellt. Und die werden dann an die Club-Mitglieder quasi verteilt. Der erste, den wir uns anschauen, der ist vom Amir Hussein, ein bekannter Influencer im Bereich NFT, der auch einen sensationellen Track-Record hat. Und er hat seinen Journey-Club. Ihr seht es hier, Einstiegspreis 3,9 Äther. Dann habt ihr einen Journey-Club-Pass und habt somit einige Vorteile, wie zum Beispiel Zugriff auf Amir Husseins Discord, Private Discord, wo er Projekte beurteilt, Projekte bewertet, also wie er das Ganze sieht. Und natürlich auch Whitelist-Spots verteilt, sofern er sie dann halt von diesen unterschiedlichsten Projekten kriegt. Eine zweite Möglichkeit ist Jamps. Jamps ist ein weiterer Influencer, der ist etwas günstiger, der kostet momentan nur 1,74 Äther, womit wir immer noch bei irgendwelchen 5.000, 6.000 Euro sind. Also das darf man jetzt nicht vernachlässigen. Dasselbe mit dem Jamps-Pass kommt ihr in seinen Private Discord. Und auch er hat einen YouTube-Kanal, die werde ich, by the way, alle unten verlinken, und hat einen sehr, sehr ansehnlichen Track-Record. Und mit diesem Jamps-Only-Pass könnt ihr euch in seinen privaten Discord einkaufen. Dann gehen wir weiter. Das ist der Mint-Pass von Kosherplug, Kosherplug, also knapp 2,5 Äther. Genau dasselbe, wenn ihr den habt, kommt es hier in den Private Discord von Kosherplug. Auch dort gibt es Whitelist-Spots, die vergeben werden. Also ihr seht, die ersten drei, die machen mal alle dasselbe. Und da das eben wirklich grosse, also ich nenne sie jetzt mal Kapazunder, in der NFT-Szene sind, haben die auch Kontakte zu den Menschen hinter diesen Projekten. Und sie haben halt Kontakte zu den wirklich grossen. Also eben sei das Clementines Nightmare, was jetzt demnächst kommt, sei das eben Hatebeast und so weiter und so fort. Aber ihr seht, wenn ihr bei den angesagten Projekten rein wollt, dann kostet das zuerst mal Geld. Okay? So, dann gibt es das auch noch in einer wesentlich günstigeren Variante. Und zwar ist es hier der Blue Chip Sniper Club. Der kostet 0,04, pardon, Äther. Und ich bin in dem drin. Und das ist im Prinzip der Pass von der NFT-Droplist. Das ist eine Liste quasi, die aus England kommt. Also der Kollege bereitet die dort auf. Also der zeigt die neuen Drops, die kommen, beschreibt die ein bisschen. Und der hat jetzt auch einen Alpha-Discord gemacht, wo er unter anderem White-List-Spots verteilt. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, die NFT-Projekte, die über Blue Chip Sniper Club kommen, haben nicht die Reputation und den Hype wie die, die über die anderen drei kommen. Also das muss man einfach ganz klar sehen. Ich habe aber schon, ich glaube, jetzt den dritten White-List-Platz über Blue Chip Sniper Club ergattern können. Ob diese Projekte dann etwas werden oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Dann zum Schluss habe ich hier noch den Magic Mushroom, also das Magic Mushroom Clubhouse. Und das wiederum ist ein NFT-Projekt von Brett Malinowski. Und auch der Brett Malinowski ist mittlerweile eine Grösse im NFT-Space. Ein junger Bursch, ich schätze, keine Ahnung, der wird 22 sein, wenn es hochkommt, hat dieses NFT-Projekt gelauncht. Und wenn ihr Besitzer von so einem Magic Mushroom seid, dann habt ihr auch Zugriff auf den Alpha-Discord-Kanal von Brett Malinowski. Okay? Also das ist eine andere Variante, wie man das machen kann. Also wir haben jetzt mal gesehen, es gibt Pässe oder respektive Zugang zu Alpha-Discords, wo Weitlesplätze verteilt, verschenkt werden, wo ihr wirklich fundierte Informationen zu NFT-Projekten bekommt. Aber wir haben auch gesehen, das ist im Normalfall nicht billig. Okay? Der Vorteil, also den ich jetzt zumindest sehe, es gibt dann auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel über Patreon, dass man dort einem NFT-Influencer quasi 99 Dollar im Jahr überweist und hat dann auch Zugang auf seinen Private Discord und kriegt dort auch Informationen. Das Schöne halt, wenn dieser Zugang über einen NFT geregelt ist, wenn ihr diesen Zugang nicht mehr haben wollt, dann könnt ihr immer noch den NFT verkaufen. Okay? Und alleine, wenn man jetzt schaut, bei Amir Hussein, der ist innerhalb von wenigen Wochen hat sich dieser Preis verdreifacht. Ähnlich schaut es beim Koscherplug aus. Also eben, wie gesagt, wenn ihr dann mit diesen Infos nichts anfangen könnt oder wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem, was geliefert wird, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, diesen NFT wieder zu verkaufen. Okay? So, und jetzt schauen wir uns noch eine andere Variante an, die natürlich auch Geld kostet. Es ist hart, aber es ist so. Und dazu gehen wir mal auf Discord. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe hier, äh, wo ist er? Da ist er. Das ist der Bluechip Sniper Club und ihr seht jetzt halt hier im Prinzip Bluechip, da ist jetzt gar nichts drauf, äh, Alpha. Also da werden solche Projekte und Discord Links zur Verfügung gestellt und es gibt immer wieder Verlosungen, wo man dann Whitelist Spots ergattern kann. Okay? Also das war jetzt mal das Beispiel mit, ähm, mit, mit, mit diesem Pass, also mit diesem Bluechip Pass und jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten und zwar ist das zum Beispiel hier Nanoverse. Von Nanoverse habe ich mir einen Nano-Pass gekauft und dieser Nano-Pass ist eigentlich in erster Linie mal ein Grundstück in einer virtuellen Welt, hat aber gleichzeitig ähm, auch Geschichten, dass da Giveaways gemacht werden, okay? Also das heisst, Yakuza Incorporation, da, ähm, wird euch hier angezeigt, eben, also sie haben 20 Whitelit-Spots, da könnt ihr beitreten und beim Raffle mitmachen und so weiter und so fort. Also das läuft über Kollaborationen, also das heisst Nano-Pass, kollaboriert mit anderen NFT-Projekten und so kann man zu Whitelit-Platz kommen, okay? Ähm, eine andere Variante ist, das ist zum Beispiel, äh, hier die Moonshot Garage. Moonshot Garage ist hergegangen, ist im Prinzip ein ganz normales NFT-Projekt, aber war eines der ersten NFT-Projekte, die auf IMX, also auf Immutable X, einer Layer-2-Lösung von Ethereum gemintet haben, okay? Und, ähm, Moonshot Garage ist hergegangen und hat ein Launchpad programmiert, wie man über IMX ähm, neue NFTs minden kann. Und jetzt gibt es viele NFT-Projekte, die wollen nicht ihr eigenes Launchpad programmieren, sondern die gehen dann her und verwenden das Launchpad von Moonshot Garage, okay? Das bedeutet dann automatisch, dass die Besitzer von einem Moonshot Garage NFT automatisch einen Whitelist-Spot haben, auf, oder respektive für dieses Projekt, das auf Moonshot Garage launcht, okay? Dasselbe gibt es auch auf Ethereum, also es gibt da einige, die das machen, es ist zum Beispiel die Astroheads machen das, ich habe auch schon einige Whitelist-Spots über Chibi-Labs gekriegt und über Monkeyverse, okay? So, also, jetzt, ah, wo bin ich, Vollbild, da bin ich hin, ihr habt gesehen, neben diesen ganzen Zugängen zu den Alpha-Discords gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr euch NFTs aussucht, die ein Launchpad haben und Magic Mushrooms gehören übrigens auch dazu, also, der Brett Malinowski hat auch ein Launchpad, über das andere Projekte ihre NFTs vermarkten, der Brett Malinowski ist auch so weit, dass er mittlerweile als Advisor quasi gebucht wird für andere NFT-Projekte oder für NFT-Projekte, die seinen Rat brauchen, weil er eben schon einige Projekte gelauncht hat. Also Magic Mushrooms ist sicher nicht der verkehrteste Einstieg, wenn man einen solchen NFT sucht, dass man dann auf Whitelists kommt. Ich muss aber auch ganz klar beim Thema Magic Mushrooms sagen, wenn ihr einen habt, ist das mal cool, wenn ihr drei, vier und mehrere habt, dann ist es noch bisschen cooler, sagen wir es mal so, weil er unterteilt schon, wenn es um die Verteilung von Whitelist Plätzen geht, bekommen schon zuerst mal die Besitzer, die mehrere Magic Mushrooms quasi halten in ihrem Wallet, bekommen da mal den Vortritt, also das muss man auch ganz klar sagen, aber wie gesagt, das muss jeder von euch selber entscheiden. So, und jetzt haben wir mal im Grossen und Ganzen die Bezahlvarianten durch, also die indirekten Bezahlvarianten, wie ich auf eine Whitelist komme. Und jetzt kommt die andere, nämlich harte Arbeit, okay, und damit meine ich wirklich harte Arbeit, vor allem, wenn es dann um gehypte NFT Projekte geht. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir gehen mal wieder so, sind wir hier wieder auf dem Discord und wenn wir jetzt hier mal schauen, so die gehypten Dinger, also das nächste, was wahrscheinlich ziemlich gehypt werden wird, ist Angry Ape Army, das ist schon ziemlich amtlich, die sind noch relativ klein, wie man hier seht, also das ist noch überschaubar, ein weiteres wird sein Lives of Asuna, das geht auch noch halbwegs, okay, und hier könnt ihr jetzt jeweils, wenn ihr auf diesen Seiten seid, könnt ihr hier eben Whitelist Info und hier habt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr ein Kapselhaus besitzt, einen NFT Kapselhaus, dann habt ihr ein Asuna Whitelist Spot, okay, das Problem ist aber auch, diese Kapselhauses liegen jetzt glaube ich irgendwo bei zwei Äther oder sowas, ja, ist so, das andere ist halt wirklich harte Arbeit und das bedeutet, dass ihr zum Beispiel über Twitter immer mal wieder Nachrichten liked, retweetet, und eventuell einen kommentierten Retweet macht, dass ihr hier auf der Community, auf dem Community Discord aktiv seid, dass ihr zum Beispiel Fragen beantwortet oder irgendwelche Hilfestellungen leistet und so weiter und so fort, was oft helfen kann, vor allem wenn das gröb, also grössere Communities sind, ihr habt im Prinzip überall so einen Sprachkanal, wo sich die Leute miteinander unterhalten und wenn wir jetzt hier drüben schauen, diese Liste ist ewig und zehn Minuten, diese Liste hier ist, naja gut, die ist jetzt auch relativ lang, aber die ist überschaubar, also das heisst, wenn ihr öfters mal, wenn ihr Zeit habt, euch einfach in so einen Sprachkanal einklingt und wenn ihr dort einfach nur mal ein bisschen zuhört, vielleicht mal die eine oder andere Frage stellt, dann seid ihr hier vorne wesentlich besser sichtbar als hier hinten, okay, also das heisst, ihr fallt den Administratoren von der Webseite viel eher auf, weil hier halt viel weniger aufgelistet sind und wenn ihr da zwischendurch mal ein paar Fragen stellt oder auch nur schon mal anwesend seid und halt mal zuhört, was die Menschen dort so erzählen, dann kommt ihr mehr in den Fokus, sagen wir es mal so, okay, das heisst aber, das hilft euch nicht, wenn ihr sonst nicht aktiv seid in der Community, das kann ich euch gleich von weg sagen, das wird nicht funktionieren, also das ist wirklich harte Arbeit, was dann auch helfen kann, wenn ihr zum Beispiel hergeht, wie sie hier oder er hier, wenn ihr Nitro besitzt, okay, also das heisst, das ist im Prinzip ein Abonnement auf Discord, das kostet 99 Dollar im Jahr, damit werden euch einige Funktionen freigeschaltet, zum ersten könnt ihr Server boosten, und wir schauen uns jetzt das mal an, ich bin am falschen Bildschirm, da schauen wir uns hier das mal an, da haben wir jetzt gerade gar keinen Server Boost, schauen wir uns was anderes an, keine Ahnung, nehmen wir mal Conning Wolves, so, ihr seht, hier sind die Server Boosts, also das heisst, ihr könnt, oder ich muss anders sagen, wenn ihr Nitro von Discord besitzt, dann kriegt ihr zweimal Server Boost geschenkt, und diesen Server Boost könnt ihr an jeden beliebigen Server weitergeben, ok, ihr habt der einzelne Server Boost ist dann aber für mindestens zwei Wochen an diesen Server gebunden, ok, nach Ablauf dieser zwei Wochen könnt ihr diesen Server Boost wem anderen geben, also einem anderen Server übertragen, und wenn ihr einen Server boostet, dann schaut das so aus, also das heisst, ihr kriegt hier hinter euren Namen einen kleinen Diamanten, das hilft schon mal, weil im Normalfall ist es so, dass die Server Booster schon mal eine andere Farbe kriegen und eben auch dem Team auffallen, weil damit zeigt ihr, dass ihr Interesse an diesem System oder an diesem Projekt habt, ok, bedeutet aber auch wieder eine Ausgabe, wie gesagt, 99 Euro für das Jahr, aber was ihr mit Nitro noch machen könnt, ist, jetzt gehen wir wieder zurück hier zu Asuna, und zwar schauen wir einfach mal hier rein, was ihr machen könnt, ihr könnt für jeden Server separat, auf dem ihr seid, könnt ihr euren Namen anpassen, ok, also ihr seht es hier, Entschuldigung, sie ist jetzt Irene Strich Lives of Asuna, ok, und hat dann, ist noch hergegangen und hat ein Profilbild von Lives of Asuna gewählt, und das ist ein weiterer Vorteil, weil schon nur mit diesen Kleinigkeiten generiert ihr bei den Mods und bei den, also beim Team generiert ihr Aufmerksamkeit und ihr könnt das relativ simpel machen, weil die meisten, wie soll ich sagen, NFT Projekte haben irgendwo, mal schauen, ob wir es hier finden, Sneak Peaks, mal schauen, ob da was da ist, nichts drauf, bei den Wölfen ist was drauf, das weiss ich gerade aus erster Hand, hier, Sneak Peaks, und jetzt geht ihr im Prinzip her, kopiert euch dieses Bild, ok, also ihr müsst da dann, ich kann es euch kurz zeigen, dann müsst ihr das Original anzeigen, und dann geht das in eurem Browser auf, ich zeige es euch mal kurz hier, dann geht das hier auf, und dann ist es Rechtsklick Bild Speichern unter, und dann könnt ihr hergehen, und eben dieses Profilbild, oder dieses Bild, das ihr jetzt hier verwendet habt, könnt ihr als euer Profilbild ausschliesslich für diesen Kanal verwenden, ok, auch das zeigt, dass ihr euch mit diesem Projekt identifizieren könnt, und ihr fallt ein bisschen mehr auf, ok, also unterm Strich kann man sagen, je mehr ihr euch für ein solches Projekt einsetzt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf die Whitelist kommt, ok, wenn das ein wirklich gehyptes Projekt ist, also eben wie das Hatebeast war, oder wie das noch viele andere waren, dann ist das Arbeit, dann ist das richtig Arbeit, dann müsst ihr damit einfach damit rechnen, dass ihr sieben Tage, 14 Tage, was auch immer, acht Stunden am Tag am Rechner sitzt und irgendwelche Likes verteilt, irgendwelche Fragen postet, irgendwelche Dinge beantwortet, dass ihr den Moderatoren auffällt und dann durch euren Einsatz auf die Whitelist kommt, ok, die andere Seite ist, ihr kauft euch ein, wie ich schon gezeigt habe, beides ist natürlich eine Abwägungs Geschichte, also wenn man eben jetzt zum Beispiel die Hatebeasts nimmt, da ist der Floor liegt irgendwo knapp bei acht Äther mittlerweile, also das heisst dort hat sich natürlich rentiert, Hatebeast hat gemintet, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es war 0,1 Äther und jetzt sind wir bei knapp acht Äther Floor Preis, also das heisst da hätte sich dann dieser Aufwand natürlich gelohnt aber wie gesagt das ist natürlich nicht immer so so das war es von meiner Seite wenn ihr was mitnehmen konntet dann bitte like und subscribe wir sehen uns beim nächsten mal ich würde mal sagen wird nicht allzu lange dauern bis dann und tschüss euch